Hi ihr Lieben, Sebastian hier. Ich bin der Gründer von Makaka on the Run und ich will heute endlich mal mit dem Gerücht aufräumen, dass zwei kontaktlose Bankkarten untereinander im Portemonnaie sich gegenseitig auslöschen und nicht auslesbar sind. Das ist vollkommener Schwachsinn. Das Gerücht hält sich allerdings trotzdem lang und ich möchte euch nochmal zeigen, wie das ist. Ganz einfaches Lesegerät, mit dem kann ich natürlich einzelne Bankkarten auslesen, aber ich zeige euch mal, dass ich jetzt hier drei, natürlich sind alle kontaktlose Bankkarten, kann ich auch gleichzeitig, wenn ich drei Karten habe, Daten auslesen. Und jetzt machen wir es noch schlimmer oder noch einfacher, ich kann selbst mit dem Stink nochmal ein Telefon, nehme ich mir eine von den Apps, habe drei kontaktlose Bankkarten und lege die auch übereinander und zack, da sind die Daten ausgelesen. Natürlich kann ich das auch mit weiteren Apps machen, die, jetzt müssen wir aufpassen, dass das stetig bleibt, damit die Daten nicht im Internet erscheinen, aber da sind die Bankkartendaten auch mit sofort ausgelesen. Es ist Blödsinn, es funktioniert nicht, das Einzige, was wirklich funktioniert ist, eine Blockerkarte zu den Bankkarten mit hinzu, von mir aus in die Mitte, davor, dahinter, vollkommen egal. Dann versuchen wir das Ganze nochmal. So rum, so rum, hinterm Lesegerät, vor dem Lesegerät, es passiert einfach nichts mehr, solange unsere Blockerkarte mit im Schutzfeld ist. Schützt euch, sonst passiert natürlich genau das, egal welche Bankkarte, sie werden ausgelesen.